Ein wunderschönes Moin Moin, hier ist der Angelus mit einem neuen Overwatch-Video. Und es ist endlich wieder möglich. Man kann wieder Brawl spielen, ohne dass da dieses bescheuerte Lucio-Ball drin ist. Denn die Sommerspiele sind endlich vorbei. Hat ja auch lange genug gedauert. Drei Wochen oder so, nur Lucio-Ball war da drin. Habe ich nur einmal gespielt. Jetzt haben wir hier ganz schön offensiv. Hier werden keine großen Umschweife gemacht. Brawl-Details, okay. Okay. Regeln nur die Offensivhelden Genji, McCree, Pharah, Reaper, Soldier 76 und Tracer. Und nur maximal zwei identische Helden pro Team. Okay. So, auf den ersten Blick würde ich da eigentlich Soldier spielen, weil er sich halt noch selber heilen kann. Wenn alle anderen sich nicht so wirklich heilen können. Außer der Reaper vielleicht noch ein bisschen. Aber Soldier spiele ich so häufig. Deswegen wäre heute mal ein Video angebracht. Reaper spiele ich eigentlich auch häufig. Mit McCree oder Pharah. McCree? Ja, war auch nicht so lange her mit McCree, ne? Oder die Pharah. Die seltenen Spiele. Erstmal in diese Spiele so rein. Und dann geht's gleich los. Mit dem Offensiv-Brawl für heute hier. Oder besser gesagt für diese Woche. Ankunft in Ilios. Ankunft in Ilios. Wir spielen in Griechenland heute den offensiven Brawl. Ziemlich offensiv. Okay. Ich spiele mit Pharah. Ist, glaube ich, bei Ilios auch gar nicht so schlimm. Da kann man ja hin und wieder auch mal einen Gegner runterschubsen. Warum nicht? Okay. Fahra ausgewählt. Keine Teams sind bei uns. Ja, das Gegnerteam. Eins, zwei, drei, vier, fünf Leute. Die spielen zusammen. Das ist ein Fünferteam. Ein Fünferteam haben wir gegen uns. Na, das kann ja was werden. Im Brawl. Ein Fünferteam. Und bei uns gar keiner. Ja. Ich beschütze die Wunschwunsch. Na? Versuchen wir das Beste drauf. Und dann machen wir erstmal hier den Punkt rein. Wo ist der Ball? Oh, nee. Oh, hier. Das war ein bisschen zu viel. Zu viel Wumms. Ups. Ich hab noch keinen Emote für die... Aber die hat hier den Anubi-Skin und ich hab hier den neuen Regenmacher-Skin. Also wollen wir auch ein bisschen Regen machen von da oben, ne? Die Spielfahrer echt nicht häufig. Aber es wurde mal wieder auch in den Kommentaren gewünscht, dass ich die mal wieder spielen könnte. Warum nicht, ne? Ein McCree und noch ein McCree. Nein, die lebt noch. Hab sie. Okay. Kurz mal durchschnaufen hier. Oh, da hab ich meinen Sprung versaut. Puh. Nein, er nimmt mich noch mit. Aber ich ihn auch. Ah, so... Instnie hat er mich geschossen, glaub ich. Ich hab zwei goldene Medaillen. Yay. Okay, das ist ein Fünfer-Team, aber noch läuft's gut. Aber es ist noch nichts geschafft. Noch nichts ist geschafft. Alles klar hier. Einer hat das Spiel verlassen, dann geht er natürlich. Ja, flieg, flieg weg. Ich glaub... Nein, der springt wieder hoch. Blöder Genji. Er kriegt immer nach Keter in den Arsch. Er hat sich mit dem Doppelsprung wieder hochgerätigt. Oh, der hat sich mit viel. Nein, krieg ich nicht hin. Falsche Richtung. Boah, wie ich ihn einfach nicht treffe. Wie er einfach rumspringt. Scheiß Genji. Ja, ja. Ich sag ja, ich bin nicht der gute Fahrerspieler. Deswegen kommt das bei mir auch nicht so häufig vor. Aber hin und wieder, es gibt so Maps, wo ich sie eigentlich ganz gerne spiele, aber das ist halt zu unregelmäßig. Könnte man noch ein bisschen besser mit Treffen finde ich. In den Punkt verloren. Oh, betreut. Aber jetzt sind sie hier auf unserer Seite und quetschen uns hier rein, oder? Mano. Achso, er hat gewechselt. Was haben die Gegner denn jetzt? Zwei Genjis geben jetzt nicht mehr drauf im Sack. Gar keiner, der Reaper spielt hier. Na gut, der ist auch ein Lark-Camper halt, ne? Ist nicht so. Runter mit dir. Na wein. Sehr schön. Oh, 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 oh. Ich muss zur Heilung. Die ist aber nicht da. Komm schon. Ich hab dir Schwachsein. Oh Gott, ey. Den Genji hätte ich noch gekriegt, dann kam noch der Soldier von oben. Da haben wir immer so viele gegen mich. Alle kommen sie zu mir. Mein Team braucht mich. Ah. Knapp, knapp. Wir können es noch schaffen. Jedenfalls die erste Runde, ne? Jedenfalls die erste Runde. Verlängerung? Nein. Ich hab dich im Visier. Oh, oh. Puh. Oh, oh, oh. Da hab ich sogar noch einen gekillt. Da hab ich sogar noch einen mitgenommen am Ende. Hochbestand. Eins zu null. So. Okay, aber dafür, dass das Gegnerteam ein Fünferteam ist, die zusammenspielen, läuft es ja noch, ne? Ich bin bei Silber. Naja. Vier Tode. Weißt du, hat er die nicht hochgekriegt? Haha. Das da, das muss runter. Welchen Map ist das hier? Leuchtturm? Ach nee, das ist der Brunnen. Der Brunnen. Der Brunnen. Oh, da könnte ich welche reinschießen. Jetzt haben wir einen Reaper dabei. Schauen wir mal, wie es läuft. Oh, komm mal hier, goldene Waffen. Hat für mich nicht ausgereicht. Leider. Von den Punkten her. Ein Poser mit goldenen Waffen. Komm, den krieg ich noch. Mein Bruder. Oh, oh. Oh, oh, oh. Ah, scheiß Dreck. Scheiß Genji. Ach, war klar, dass er den anderen auch noch kriegt. Der eine ist ja Stufe... Ah, der ist ja nur 160. Der hat schon einen Stern. Boah, ich bin voll schlecht. Bin noch jetzt auf Bronze gelandet. Ich reiß mir das Ziel unter den Nadeln. Jetzt kann ich sie da lang. Alles klar. Wo ist denn? Da kommt ein Genji. Komm schon. Aber ich denke, er will sich Heilung holen. Lass sie nicht weg. Dann krieg ich für die keine Punkte. Ich werde erst mal hier ein bisschen hier stehen. Ich hab's nicht so raus mit dem Runterschieß, ne? Merkt man. Eingespielt ist was anderes. Ich krieg echt ein zu viel bei den Genjis. Ich treff die nicht. Wenn er einmal in den richtigen Moment dann auch noch reflektiert, dann bin ich sowieso in den Arsch. Ja, ja. Ich bleib aber bei der Fahrer. Ich bin da hier gegen... Nein, 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 nein. Soldier Ulti. Nicht schon wieder sterben. Nein. Da kommt wieder der scheiß Genji. Das kann doch nicht dein Ernst sein. Warum hat die blöde Tracer eigentlich noch überlebt? Ich dachte, ich kann die auf der Map hier ein bisschen ein paar runterschmeißen hier auf dem Brunnen. Das läuft ja gerade voll schlecht mit der Fahrer. Ich bin so schlecht mit Fahrer. Im nächsten Video wird auf jeden Fall wieder was ordentliches gespielt. Also guck dir das mal an. Dankeschön. Die Gegner spielen ein bisschen mit und laufen wir dann auch in die Raketen rein. Dann geht's. Lass dich nicht davonkommen, Reaper. Schieß doch auch mal auf die. Ja. Meine Güte, der Reaper, ey. Du hättest sie doch schon lange wegballern können. Die Tracer. Wo sind sie? Oh, oh. Das war doof. Was macht denn der Genji in der Luft? Oh, guck mal, wie er nur auf mich geht. Und alle lassen ihn auch noch durch. Ich dachte, die Fahrer bleibt hinten in der Luft stehen. Dann hätte ich sie nämlich mit der Ulti erwischt. Naja. Irgendwo musste die Ulti ja hin. Ich fliege gar nicht weg. Oh, oh. Genau das, was ich jetzt bin. Nein. Ja, da kann ich nichts machen, wenn der seine Ulti anhacht. Die erste Runde war besser. Das hier ist ja... Boah, ich hab schon neun Mal gestorben, ey. In welchen Runden schwer hab ich denn neun Mal? Das kommt echt gar nicht vor. Wir kriegen den Punkt noch. Nicht mehr. Doch nicht. Wir haben's geschafft. Also nicht ich, aber... Okay. Endlich mal wieder was getroffen. Ich brauch Leben. Ich brauch Leben. Ich brauch Leben. Na komm, die haben noch nicht mehr viel Leben. Nein. Okay, das war's. Och man, ich bin so schlecht, ey. und ich bin so schlecht. Das Einzige, was ich noch nehmen könnte, wäre jetzt der Reaper, sonst ist alles belegt. Ich bleib bei der Fahrer. Ich hab gesagt, es gibt ein Fahrer-Video, also bleib ich da. Aber wie viele Goldwaffen hat er denn? Er hat auch hier ein goldenes Schwert. Ist das der gleiche Spieler? Ich glaube, das ist der gleiche Typ. Vielleicht hat er sich die goldenen Waffen wieder hochgefarmt, wie die meisten Spieler das gemacht haben. Mit Low-Charakteren zusammengespielt und sich dann die Siegel geholt und so weiter. Komm, mach ihn weg, ja. Genre hinter dir, den kriegst du auch noch. Ich bin mir vorgeschwächt. Es ist aber echt mal wieder, ja, ein anderer Brawl und nicht immer dieses bescheuerte Lucio-Ball. Mit einem anderen Charakter. Also normalerweise würde ich hier Soldier spielen, die alle wegbomben. Aber den kann ich halt auch, den Charakter. Ja. Ja. Ja, der Genji läuft mir die ganze Zeit hinterher. Wie die Klette am Arsch, ey. So läuft sie mir hinterher. Blöder Genji. Ich sterbe einfach alle nicht, ey. Dreifach-Kill. So wie ich da in die Menge reingeschossen habe, wäre es nochmal nötig, dass so ein Dreifach-Kill ist. Ja, ich habe doch den Rausschuss dringend... Ich habe ihn rausgeschubst eigentlich. Aber weil er sich nach vorne teleportiert hat, ist er trotzdem reingekommen. Zum Glück ist er dann danach gestorben. Kling mal die Hofer und schnapp euch den Punkt. Nein! Soldier-Ulti. Ah, der hat sofort mich. Naja. So, kriegt meine Fahrer auch halt am besten vom Himmel. Mit einer Soldier-Ulti. Da triffst du auf jeden Fall. Jetzt haben wir den Punkt schon wieder verloren. Will ich die Runde gewinnen? Wir sind ein Fünfer-Team, ich will gewinnen. Aber so wie ich spiele... Okay, Reaper ist raus. Mann, das kippt die Fahrer auch schon wieder um. Meine Ultis sind heute super, ne? Ulti for the win, ey. Wieso ist schon wieder einer drin? Komm hier, nimm mal her. Dankeschön. Ich hab noch einen Lebenspunkt. Einen. Alter, ein Lebenspunkt. Lebe noch. Alter, willst du mal sterben, oder was? Dann kommt der zweite Genji wieder von hinten. Das ist doch ätzend, ey. Immer die kacken Genjis. Nein, das gibt's auch nicht. 99 Prozent, Leute. Schießt die da raus. Arbeitet zusammen. Drängt sie zurück. Stirr, stirr, stirr. Nein, nicht schon wieder den. Ey, mal die scheiß Ulti vom... Ich bin so ausgeliefert dann. Ich hab dich im Visier. Ja, genau. Das war ja einfach mal so gar nicht in meine Richtung geschossen. Einmal so drumrum gemacht. Formiert euch hier. Okay, komm, letzter Angriff jetzt. Ja, ich bin jetzt fast den Einsatz. Müssen wir den Punkt noch einmal einnehmen. Jawohl, der Soldat ist runter. Endlich mal einen runtergeschubst. Schießt doch auch mal mit, Leute. Dankeschön. Nein, du blöder Drecksarsch. Ja, genau. Dann kommt er von der Seite. Immer wieder ein Genji. Alter, 99 zu 99. Ist doch nicht euer Ernst. Was ne Runde. Wir gewinnen. Wir gewinnen. Wir haben's. Alter, ist das schlecht gewesen mit Fahrer. Okay, das war mal wieder ein Fahrer-Video. Jetzt kommt erstmal wieder eine längere Zeit kein Fahrer-Video. Ich spiel die einfach nicht. Ich spiel die nicht gerne. Wenigstens ein Soldier noch runtergeschubst hier. Nicht schlecht. Okay. Guck mal, der hat eine 35-Eliminierung, ey. Als Soldat hätte ich hier auch 35-Eliminierung. Das ist nicht das Kunststück mit den Soldaten. Der Soldat kriegt das von mir. Alter Schwede, ey. 16 Tode. Wie schlecht. Und nur 27-Eliminierung. 27 nur. Und ne Vierer-Streak. 16 Tode. Wie schlecht. Keine Medaillen. Hab ja auch keine verdient. Mit der Fahrer-Leistung. Also Leute, es war ja gefragt in den Kommentaren. Spiel mal wieder mit Fahrer. Das war mein Fahrer-Gameplay, Leute. Nach langer Zeit. Ja, Fahrer ist halt echt nicht mein Held. Oder Heldin, besser gesagt. Ne. Die ist nicht gut. Also für mich ist sie nicht gut. Wie viel Spielzeit hab ich denn? Drei Stunden immerhin mit Fahrer? Ja gut, ich hab 72 Stunden, ne? Da ist drei Stunden nicht so viel. Eine Stunde Bastion. Anna, 46 Minuten. Nö, nö, nö. Könnt man wieder mit Han so ein Video machen. Könnte auch mal wieder spaßig sein. So, also das war der Brawl. Offensiv-Brawl hier der Woche. Ganz schön offensiv. Und ich hab mit Fahrer gespielt. Katastrophal. Und, ähm, ja. Bis zum nächsten Video. Und danke fürs Einschalten. Ciao, ciao. Bis zum nächsten Video. Bis zum nächsten Video.